Hallo Hobbyastronomen! Reicht ihr gerne und wollt trotzdem euren Sternenhimmel am Urlaubsort fotografieren? Dann haben wir hier die 5 besten Reise- und Astrofotografie-Montierungen unter 400 Euro für euch. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video über Reisemontierungen für kleine astronomische Teleskope und Kameras. Ja, gerade im Urlaub, also dann, wenn wir am meisten Zeit haben, dann wollen wir auch beobachten. Aber zwischen dem sonstigen Gepäck ist ja meist nicht so viel Platz. Deswegen haben wir hier Empfehlungen mitgebracht und Tipps für kleine, kompakte astronomische Geräte. Viel Spaß beim Anschauen! Ja, kommen wir zur ersten der 5 günstigen Reisemontierungen unter 400 Euro. Die Omegon-Montierung Mini-Trek LX3 Essentials, das ist eine Mini-Montierung, die speziell für die Astrofotografie mit Weitwinkelobjektiven und leichten Teleobjektiven entwickelt wurde. Trotz der sehr kleinen Größe ist sie in der Lage, richtig schöne astrofotografische Meisterwerke zu schaffen. Auch wenn ihr vorher noch keine Erfahrung mit Astrofotografie hattet. Ja, das ist nicht nur irgend so ein Spruch, das ist tatsächlich so. Denn neben unserem Hobby-Astronom haben wir auch viele Naturfotografen, die so auch den Zugang zur Astrofotografie gefunden haben. Man kann also wie hier gezeigt einfach eine Kamera auf einen Kugelkopf aufsetzen und mit der Astrofotografie loslegen. Das Besondere hier ist, dass es sich um eine vollmechanische Montierung handelt, die keine Batterien benötigt. Einfach aufziehen und loslegen. Hört ihr das Ticken der Uhr? Das ist das 60-Minuten-Trekking. Eure Kamera wird also eine Stunde lang nachgeführt und ihr könnt eine ganze Serie von Aufnahmen anfertigen. Die Mini-Trek wiegt nur 650 Gramm und ist so schmal, dass sie in jeden Rucksack passt. Eine wirklich ideale Reisemontierung. Das Modell Essentials ist unsere günstigste Variante und wird mit einem kleinen Polsucher-Röhrchen geliefert. Dazu braucht ihr aber auch noch einen Kugelkopf und ein Dreibeinstativ. Man kann das Modell aber auch mit einem optischen Polsucher einer entsprechenden Halterung und einer Polhöhenwiege erweitern. Dann wird die Astrofotografie damit noch komfortabler. Egal, wo euch eure Astro-Exkursion hinführt, also zum Beispiel auf einen Berg, diese Montierung wird euch dabei helfen, unvergessliche Astrofotos und Landscapes aufzunehmen. Schaut euch auch mal dazu unser Video der Mini-Trek in der Praxis an. Eine weitere großartige Reisemontierung ist die Omegon AZ Baby. Die ist ultra kompakt und eignet sich hervorragend für Teleskope bis zu einem Objektivdurchmesser von gut 100 Millimeter und die trägt auch Lasten bis zu 4 Kilogramm. Wenn ihr wirklich kaum Platz habt, ist diese Montierung wahrscheinlich die beste Alternative zum visuellen Beobachten. Da packt man die einfach in eine kleine Tasche, nimmt ein normales 3-Bahn-Stativ dazu und eine kleine Spiegeloptik oder einen kleinen Refraktor. Über dieses 3,8 Zoll-Gewinde könnt ihr die Montierung ganz einfach auf ein Stativ schrauben. Über eine Prismenaufnahme könnt ihr viele handelsübliche Tuben mit GP-Schienen verbinden. Und das ist mittlerweile auch ein gängiges Maß und ist sehr praktisch, um den Tubus schnell zu montieren und wieder abzunehmen. Wenn ihr alles montiert habt, dann könnt ihr die Optik ganz feinfühlig verstellen und das geht auch bei hohen Vergrößerungen. Das Geheimnis dahinter ist einfach eine sehr gute Verarbeitung und eine gute funktionierende Teflon-Lagerung. Durch die kompakte Größe und das geringe Gewicht ist die Baby AZ-Montierung eine super Wahl für kleine Teleskope und leichtes Gepäck in jeder Situation. Insbesondere, wenn es einfach sein und ohne irgendwelche Beobachtungsvorbereitung gehen soll. Die Art of Sky, das ist auch eine azimutale Montierung, ist eine gute Wahl für Leute, die eine leichte und einfach steuerbare Montierung benötigen. Damit sind schnelle Schwenks am Himmel machbar und ihr könnt über die horizontale und vertikale Feinfeststellung astronomischen Objekten spielend leicht folgen. Dank der passenden Friktion könnt ihr auch superfix etwas suchen und einstellen. Etwas Besonderes dabei ist der Riemenantrieb. Der sorgt für eine gute Kraftübertragung und eine genaue Feineinstellung ist möglich. Hier haben wir eine Schnellkupplung im Prismenformat, um Tuben zu fixieren. In dem Fall von Lazerta mit M8-Löchern. Hier muss man genau darauf achten, dass da M8-Löcher vorhanden sind, denn M6 geht nicht, weil wir auf der Art of Sky-Montierung auch M8-Gewinde haben. Falls ihr diese Prismen-Klemme wählt, besorgt euch noch M8-Schrauben, denn die sind noch nicht dabei. Genau wie bei der BB-AZ lässt sich auch die Art of Sky-Montierung auf jedem Fotostativ montieren. Trotz des geringen Gewichts von nur 1,6 Kilo kann diese Montierung Instrumente bis zu einem Gewicht von gut 15 Kilogramm tragen und sicher halten. Wir haben hier eine eher kleine Optik, den 66 Millimeter Omegon Apo, gewählt. Aber ich finde, das ist eine sehr schöne Kombination und auch optimal für Reisen geeignet. Die Art of Sky ist eine leichte und hochwertig verarbeitete Montierung für Naturbeobachtung und natürlich für Astro. Die Porta 2 Montierung ist eine klassische azimutrale Montierung und die ist sehr gut bearbeitet und macht auch bei der Beobachtung Freude. Sie zeichnet sich nebenbei auch durch ein formschönes Aussehen aus. Die Porta 2 ist generell eine einfache Montierung mit Stativ, ohne Schnickschnack und Elektronik, dafür aber perfekt für visuelle Beobachtung. Und sie ist genauso für die Natur wie auch für Astro geeignet. Der generelle Vorteil der hier vorgestellten azimutalen Montierung ist, dass wir aufgrund der Konstruktion nichts am Himmel ausrichten müssen. Wir können also quasi sofort beobachten. Daher sind diese Montierungen natürlich auch sehr gut für Einsteiger geeignet. Was ihr aber in jedem Fall braucht, ist eine Optik, die ihr montieren könnt. Und die findet ihr natürlich bei uns im Shop. Zurück zu Porta. Ihr könnt hier Tuben bis etwa 5 kg oder etwa 6 Zoll Durchmesser befestigen, wie ihr hier am Beispiel vom Kassecre Pro 154 seht. Dabei ist immer noch ein sicherer Halt möglich. Die Montierung ist in Breite und Höhe einfach verstellbar und für die Feineinstellung besitzt die Porta zwei Handgriffe, die man auch ummontieren kann. Die Push Plus Mini Montierung ist perfekt, um mit digitaler Unterstützung viele Objekte am Himmel zu finden. Und die macht das über die Push-To-Technik in Kombination mit dem Smartphone. Und da könnt ihr alle Nebel, Planeten, Galaxien, alles Mögliche finden. Alles, was man dazu braucht, ist nur ein optischer Tubus. Die Push Plus Mini Box nimmt Teleskope bis 150 mm auf. Vielleicht setzt ihr einfach den Tubus von einem manuellen Teleskop, das ihr besitzt, auf die Rockerbox. Damit wird es dann zu einem digitalen Navigationsgerät für den Sternenhimmel. Über eine Aufnahme für GP-Schienen im Weixen-Style könnt ihr hier so die meisten Teleskope einfach anschließen. Die Montierung besitzt digitale Encoder in beiden Achsen und weiß immer genau, wo es sich am Himmel befindet. Damit ihr das auch selbst wisst, braucht ihr natürlich einen Controller. Und den habt ihr aber auch schon in Form eures Smartphones und der App SkySafari Plus. Die App müsst ihr euch separat im Play Store besorgen. Wie man Push Plus mit der App zusammen verbindet und am Himmel benutzt, dazu haben wir ein separates Video. Vielleicht einfach mal bei uns im Kanal schauen. Wir hoffen, dass wir mit dem Video euch eine Inspiration für kompakte Reisemontierungen geben konnten. So eine schwere Ausrüstung würde im Urlaub ja auch wohl eher wenig Sinn machen und bei der Familie wahrscheinlich auch eher nicht so gut ankommen. Aber so müsst ihr nicht auf Astrobeobachtungen im Urlaub verzichten. Schaut doch mal bei uns im Shop vorbei. Wir freuen uns. Ja, vielen Dank fürs Anschauen, schönen Urlaub und viel Freude beim Beobachten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.